Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir müssen immer noch zu Comstocks Haus. Bank des Propheten. Sieht sehr verlassen aus. Oh, muss ich mal angucken. Applaus 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 Das hatten wir schon mal gesehen, oder? Das kommt mit Kämpfern. Ja, das hatten wir schon mal gesehen. Das hatten wir auch schon mal gesehen, glaube ich. Ja, das hatten wir, ich glaube, das hatten wir alle schon mal gesehen. Alle drei. Wir müssen zu Comstock Haus, Bucke. Gehen wir wieder raus. Lass mich doch mal. Ich möchte mich hier um... Hier, gut aufheben. Gucken. Danke. Wie jetzt? Ich muss hier wieder raus? Okay. Versperrt. Puh, Kinderspiel. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Okay, ich glaube, das ist hier alles optional. Aber es stört mich nicht weiter. Gucken wir uns hier doch ein bisschen an. Ich bräuchte hier Hilfe. Kein Problem. Bitte. Dankeschön. Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Optional. Wir gucken mal, ob wir es finden. Du wirst gerichtet werden. Zorn der Gerechten. Danke. Danke. So, aus die Maus. What the fuck? So, maybe it's here. What the street. Nimm zurück an den Abse... zurück an Abse... Ok... zurück an Abse... Jetzt müssen wir hier lang... Ich glaub der hat sich noch nicht aktualisiert... Vielseitig... Die kehrt! Die kehrt! Sieh ihn ruhig! Gesundheit! Geht! Die kehrt! Die kehrt! Die kehrt! Die kehrt! Das haben wir hier... Munitionskapazität... Beim Schießen haben leere Clips eine 40% Chance auf automatisches Füllen ohne nachzuladen... Mh... Da gefällt mir das Brennen besser... Mh... Mh... Ich hab mir gerade wieder selber geschadet... Ah... Das war nicht gut... Mh... 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 No... Mh... 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 Ok... Memorial Garden stand da vorne... Gaulher... Da ist ein Riss da oben. So geht es hier nicht rein. So geht es hier nicht rein. Wehe, jetzt kommen hier gleich irgendwelche Viecher raus. Also so ein Friedhof gefällt mir überhaupt nicht, ne? Friedhof, nicht gut, das gefällt mir nicht. Das ist die Grabstätte von... Was? Natürlich wie der Gegner. Tod den Unterdrücker! Hier bin ich ein Unterdrücker. Ich versuche euch zu helfen. Das war die falsche Taste. Ich habe Geld gefunden. Danke. Das ist Ausrüstung. Ich will da hin. Ich bin ein Unterdrücker. Ich mag das nicht auf dem Friedhof zu sein. So was ist unheimlich. Ich verschwinde wieder. So unheimlich hier. Lädt. Lädt. Was ist damit? Mal sehen, was ich tun kann. Was soll damit sein? Glöpste, der Traum wird Realität? Hm. Hm. Da, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Zum Comstock Victory Square. Verkaufsautomaten! Das nennen sie eine Knabe? Das nennen sie eine Knabe. So, wir haben hier einiges an Kohle gesammelt. Ich fange das mal mit dem Creme. Hier, gut aufheben. Danke, das Geld kann ich gebrauchen. Ich habe wieder einiges ausgegeben. Sie haben ein Trophäe verdient. Großzügig. Ja, ich habe wieder einiges an. Ich habe wieder einiges an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017